Könnt ihr mich alle hören? Ist das okay? Gut. Danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Dan Fitzpatrick und bin derzeit Leiter der Technik bei Triple Sense Reply auf der Hanauer hier in Frankfurt. Und genieße jetzt meinen sechsten Auftritt vor dem Webmontag. Das ist eine Spanne von sechs oder sieben Jahren und ich hoffe sehr, dass es euch heute Abend Spaß macht. Und was bringe ich mit? Ja, jede Menge Vorstellungen. Ich werde euch Personen und Gegenstände vorstellen, von denen wir gehört haben, von denen wir vielleicht nicht gehört haben. Und ein bisschen was über Linguistik erzählen. Aber vor allem, wie sind die Emojis entstanden, die wir heute alle, gibt es zu, alle verwenden und lieben. So, an der ersten Stelle. Erste Vorstellung, das wohl älteste Emoji der Welt. Und schaut es euch mal an. Ist es nicht toll? Da steht er doch so. Aber ihr denkt euch, Dan, du Hornochse. Das ist kein Emoji. Das ist ein sticknormales A. Das ist ein Phonem. Das ist nichts anderes als ein Signal an mein Gehirn, das sagt, du Stimmbänder, macht mal den Laut A. Richtig. Naja, ihr würdet ja auch recht haben. Denn ich bin ein Hornochse. Aber das auch. Und wir kommen gleich dazu. An der Stelle möchte ich gerne wissen, gibt es unter euch heute Abend Phönizia? Nein? Gut. Dann kann ich erzählen, was ich will. Aber in der Tat ist es eine Hornochse. Im Laufe der Geschichte, diese ursprünglichen Symbols aus dem Ägyptischen, der Antike entstanden. Und es ist nichts anderes als ein Rind. Es ist ein Ochse, also ein Hornochse. Und das werde ich euch gleich mal ein bisschen unter Beweis stellen. Erstmal ein bisschen Nerdkram für die ITler unter uns. Eine schöne Darstellung, wie aus diesem Hornochse tatsächlich unsere Emoji A entstanden ist. Im Laufe der Jahrtausende hat es zwar an seiner Bedeutung verloren, aber dieses Tier müsste seinen Kopf für verdammt viele Buchstaben herhalten. Wir haben beispielsweise das griechisch-römische A, das wir alle kennen. Wir haben aber auch das Aleph aus dem Hebräischen. Wir haben Elif aus dem arabischen und persischen Raum. Und die bedeuten tatsächlich Ochsenkopf oder tatsächlich das Horn eines Ochsen. Ja, jetzt habe ich für euch eine wissenschaftlich anmutende Tabelle, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Da könnt ihr mal sehen, wie sich diese Buchstabe im Laufe der Zeit sich entwickelt hat. Es war in der Tat ein Hieroglyph, es war ein Emoji. Es ist nichts anderes als ein Symbol, das etwas darstellt, das die Menschen verstehen. Im Laufe der Zeit hat es natürlich seine Bedeutung verloren. Es ist zu einem Phonem verwandelt worden, aber es ist in der Tat ein Emoji gewesen. So, jetzt werden wir mal ein bisschen vorspulen im Laufe der Geschichte. Nicht 2000 Jahre, wie mir Rüde zugesagt worden ist, als ich das in Probe vorgetragen habe, sondern 2026 Jahre. Also 63 vor Christus bis 1963. Wir schreiben ein bisschen Geschichte. Wir landen in den Jahren 1963 und zwar in den Nordosten Amerikas. in einer Stadt namens Worcester, Massachusetts. Es fusionierten zwei Versicherungsgesellschaften. Den Namen kann ich mir immer noch nicht merken. Also State Mutual Life Insurance und auch hat aus Ohio Guarantee Mutual aufgekauft. Und dementsprechend war das Betriebsklima am Arsch. Die Leute hatten natürlich Angst um ihren Jobs und wussten nicht, wie es weitergeht. Und intern haben sie gedacht, wir brauchen eine Art Werbekampagne. Wir brauchen eine Stimmungsmache, einen Aufheller. Wir wollen, dass die Sekretärinnen, dass die Mitarbeiter förmlich ins Telefon lächeln. Was machen wir denn da? Die müssen sich dann was überlegen. Sie müssen sich eine Werbekampagne überlegen, um die Stimmung der Firma zu retten. An der Stelle möchte ich auch die zweite Vorstellung von heute Abend machen. Ich stelle euch einen Mann namens Harvey Ball vor. Geboren 1921, auch in Worcester, Massachusetts. Der hat Kunst studiert in Worcester und wollte seine eigene kleine Werbefirma gründen. Der ist aber in die Pazifik geschickt worden während des Zweiten Weltkriegs und kam als dekorierter Soldat zurück. Und in der Tat ist er im Jahre 1973 aus dem Militär als Brigadiergeneral ausgeschieden. Aber hier seht ihr zwei von seinen Gemälden aus seiner künstlerischen Zeit. Merkt sie euch bitte für später, denn die haben eine besondere Bedeutung für unsere kleine Erzählung hier. Auf alle Fälle, Harvey Ball kam in die Versicherungsgesellschaft. Da hat sich was überlegt. Wie können wir denn eine kleine Aufheller machen? Wie können wir den Leuten Stimmung geben? Aber auf eine sehr, sehr einfache und plakative Art und Weise. Da hat sich Sag und Schreibe zehn Minuten hingesetzt, einen gelben Kreis gemacht, zwei Pünktchen drauf, eine Kurve für das Lächeln und schon war ein Emoji geboren. Das ist das Smiley, wie wir es heute alle kennen. Alle Emojis, die wir verwenden, leiden sich von diesem Medium, dieser Canvas-Philosophie ab. Es ist eine einfache, schnelle Botschaft und es bedeutet, ich bin glücklich. Es ist kein Buchstabe, das wirklich bedeutungslos, ohne Kontext ist. Es spricht einen ganzen Satz aus. Dazu kommen wir gleich ein bisschen mehr. In dem Foto, da sieht man den guten Harvey mit seiner Auftraggeberin und das ist tatsächlich das Produkt seiner Arbeit gewesen. Botschaft, I'm happy. So, aber warum war das so erfolgreich? Du musst dir mal vorstellen, es sieht eigentlich aus, als hätte es ein Kind gemacht. Aber es ist auf eine sehr, sehr effiziente Art und Weise kommunikativ. Es bringt eine hohe Informationsdichte mit sich, weil der Mensch eine Rolle mitspielt. Man erkennt sofort, was die Botschaft ist. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen, was bedeutet eigentlich ein Ikon? Was ist denn ein Ikon? Wir gehen mal ein bisschen ins Detail rein. Aber im Grunde genommen ist es so eine Art komprimierte Emotion. Es ist ein Medium, wo der Mensch die Arbeit macht. Der guckt sich das mal an und unser Gehirn schaltet sich ein. Und aus religiösem, kulturellem oder irgendeinem Kontext werden die Lücken gefüllt. Dann kommt die ganze Botschaft ans Tageslicht sozusagen. Sie abstrahieren alles. Sie können alles Mögliche darstellen. Ist es ein Auto oder ist es eine Handlung? Speichern beispielsweise. Kommen wir gleich dazu. Emojis, so wie Sie heute verwenden, sind witzigerweise auch Buchstaben. Also es kehrt sich mal ein bisschen zurück. Das, was ihr da seht, ist nichts anderes als ein Buchstabe. Es ist ein Icon in dem Schriftsatz Emojis. Hier ist es auf eine sehr, sehr hohe Schriftgröße vergrößert, damit ihr sehen könnt, was für ein wahnsinns Detail dahinter steckt. Aber da ist auch eine weitere Botschaft drin. Wenn wir uns dieses Symbol angucken, nehmen wir mal die Komponenten, zwei Flügel und ein Bündel Dollar Noten, ist es bedeutungslos. Aber gekoppelt zusammen übermitteln Sie aus unserem Kontext, unsere Vorstellungskraft eine Botschaft. Ich habe mein Geld verschwendet, mein Geld ist zugeflogen, es ist weggeflogen, je nachdem. Aber es vermittelt viel mehr Informationen, als es einfach eine Buchstabe darstellen könnte. Und dann im Hintergrund natürlich eine Ikone, der klassische, also aus der orthodoxen Kirche. In dem Kontext, wenn einer das versteht, ist die Botschaft natürlich sehr, sehr stark. Es ist nicht einfach schwarze Gestalten, die aber von einer Leiter runterfallen. Aber um das im Detail zu erklären, will ich natürlich den Rahmen dieses kleinen Vortrags sprengen. So. Eine Werbebotschaft, ein Werbespruch. Könnte man getrost darauf verzichten an der Stelle? Wenn Harry Ball in die Versicherungsfirma reingekommen wäre, hätte er gesagt, Freude am Arbeiten. Sie hätten ihn hochkant rausgeschmissen. Das bringt nichts. Man hat einen kleinen Aufstecker oder keine Ahnung, mit Freude am Arbeiten dran. Das wäre an der Stelle völlig fehl am Platz gewesen. Der hat erkannt, er braucht eine schnelle, informationsdichte, kontextreiche Symbol. Und das war eben sein Produkt. Das ist, was er an der Firma verkauft hat. So. Nochmal eine wissenschaftlich anmutende Tabelle mit der verschiedenen Arten von Ikonen. Erstens haben wir unsere Ochsenkopf A, das mittlerweile bedeutungslos ist. Das denkt keiner darüber nach, dass es tatsächlich ein Rind gewesen ist. Aber das Zweite ist sehr, sehr interessant an der Stelle. Es ist eine Diskette. Es ist ein Gegenstand, das es in unserem Alltag kaum noch gibt. Jede, der sich das aber anguckt, im Rahmen einer Softwareanwendung, weiß sofort, was es bedeutet. Speichern. Save. In allen möglichen Sprachen der Welt. Auch wichtig, Emojis und Ikonen sind sprachunabhängig. Wenn man das sieht, weiß man sofort aus dem Kontext, was gemeint ist, obwohl es ein Gegenstand ist, was gar nicht mehr gibt. Wir sind der ersten Schritt der Abstrahierung gegangen, den unser Ochsenkopf auch durchmachen musste. Das ist ein Gegenstand, das es nicht mehr gibt, aber die Bedeutung überlebt als Ikonen. Ein klassischer Emoji. Lieber. Jeder weiß, was das bedeutet. Und dann zwei Emoticons. Auch sehr interessant, weil das sind auch Schriftzeichen, die zurück in Symbolen verwandelt worden sind. Was man alles machen kann, um auf eine schnelle Art und Weise nicht Sachverhalte, sondern Emotionen zu vermitteln. Und das Letzte, wenn man sich vertippt, hat man natürlich ein Walross als Emoticon reingegeben. Da gab es auch eine Tastenkombination. Ich habe das immer gemacht. Aber es gab nur einen Menschen auf der Welt, der das tatsächlich machen durfte. Das war natürlich John Lennon. Der Walross. Emojis bilden Sätze. Wenn wir das sehen, wir tippen es in unser Handy rein, da kommt sofort die Botschaft rüber. Ich bin traurig. Ein Satz. Ich bin krank. Ich bin glücklich. Ich bin erschrocken. Ich bin ein Spiegelei. Na gut. Es greift nicht immer, aber manchmal. So. 45 Dollar hat der gute Harvey für seine Arbeit bekommen. Das war es. Aber daraus ist tatsächlich Ruhm und Ehre geworden. Er ist international, weltweit anerkannt als Erfinder des Smileys und dann im übertragenen Sinne natürlich von Emojis. Es gibt alle möglichen Merchandising-Produkte, Kaffeetassen, Aufstecker, Reizwäsche, alles Mögliche mit Emojis und Smileys drauf. Aber weder Harvey noch die Versicherungsgesellschaft haben die Nutzungsrechte für dieses Symbol gesichert. Im wahrsten Sinne des Wortes war das ein Open-Source-Produkt. Damals hat natürlich niemand das Wort benutzt. Es war aber Open-Source und ist dementsprechend kopiert worden. Aus der ursprünglichen Auflage von 100 Aufstecker wurde 1000, dann 50.000 und dann 50 Millionen tatsächlich. Und die wurden weltweit vertrieben. Das ist ein Milliardengeschäft mit diesem Symbol gewesen. Sein Sohn Charlie soll ihn eines Tages gefragt haben, Hey Dad, warum hast du nicht mal die Rechte für das Ding gesichert? Er soll immer gesagt haben, pass auf, ich kann jeweils nur ein Steak essen, ich kann nur ein Auto fahren. Was will ich denn mehr? Der war ein genügsamer Mensch, unser guter Harvey. An der Stelle würde ich auch gerne mal ein bisschen auf sein Familienleben eingehen. Der Zusammenhang ist ganz, ganz witzig. Seine Frau hieß tatsächlich Winifred Ball. Fand ich schon mal interessant. Und sie, obwohl ich das nicht gewusst habe, es ist sicherlich auch nicht überliefert, hat sicherlich immer gesagt, Ach Harvey, du Horn-Ochse. Ja, Harvey hat Winifred geheiratet. Und nochmal, um euch tatsächlich in den Tiefschlaf zu versetzen, Winifred hatte zwei Schwestern. Einmal eine Dame namens Viola und eine andere Schwester, die hier abgebildet ist. Evelyn. Beide mit Mädchennamen Trudell. Evelyn hat auch geheiratet. Und um das Geheimnis zu lüften, ihr Mann war Robert Joseph Fitzpatrick, mein Großvater. So, um die Erzählung jetzt noch ein bisschen zu vertiefen, aber wir machen gleich Schluss, versprochen. Um auf die Bilder zurückzukehren, das Bild von dem Leuchtturm war ein Hochzeitsgeschenk von Harvey an mich und meiner Frau. Da sieht man ihn auf unserer Hochzeit abgebildet, neben Evelyn und Winifred. Und der Junge, der unter der Brücke spielt, aus dem Gemälde, ganz am Anfang, ist mein Vater. Letztes Thema. Wie ich gesagt habe, sind Emojis super dafür gedacht, emotionale Sachverhalte zu übermitteln und nicht technische Sachverhalte. Ansonsten hießen sie ja Technologis oder sowas. Sie heißen ja aber Emojis, die übermitteln Emotionen. Und dafür benutzt man sie. Aber das ist kein neues Phänomen. Im Laufe der menschlichen Geschichte wurde immer wieder gesextet, nur es ist heute erheblich leichter geworden. Und ich sehe unter euch, dass sobald ich das Wort erwähne, verschwinden einige Handys ganz, ganz unauffällig und schnell in die Hosentasche. Weil ihr sicherlich dabei seid, an euren Angebeteten Anröchiges zu schreiben. So, auf alle Fälle, Marianne Toilette hat es auch gemacht, an ihren Geliebten hat sie immer wieder gesextet. Sie hat Liebesbriefe geschrieben, die durften aber nicht natürlich als solche erkennbar sein. Die Botschaften, die tatsächliche Botschaften, die sie da übermitteln wollte, hat sie verschlüsselt in den Texten hineingeschrieben. Das ist neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wirklich, wirklich ganz faszinierendes Material. Und damals waren natürlich die Konsequenten erheblich größer, wenn man erwischt wurde, da drohten natürlich die Galgen. Und HTTPS gab es natürlich auch nicht. Das heißt, Brief schreiben, verstecken, versiegeln, losschicken und hoffen, dass es ankommt. So, aber zurück zu euch. Ich weiß, ihr seid jetzt alle dabei, nicht mehr solche anrufige Sachen zu schreiben, aber solltet ihr eins von diesen Symbolen gerne mal verwenden, weil ihr euch das erhofft. Bitte denkt an den und seinen Onkel Harvey. Harvey, habe ich gesagt, mein Onkel war ein genügsamer Mensch. Ich bin es nicht. Deswegen, damit mich meine Frau nicht Hornoxen nennt, habe ich mir überlegt, als sein Erbe, ich sichere mir die Nutzungsrechte für die Emojis und für ein geringes Gebühr von nur einen Cent pro Nutzungsfall, könnte sie natürlich weiterhin verwenden. Ich danke recht herzlich. Applaus Vielen Dank.